Moin Christian, magst du mir ganz kurz erklären, was die grüne Agrarwende ist und was so nach der gewonnenen Landtagswahl alles passieren wird? Ja, die Agrarwende heißt, wir wollen besser mit den Tieren umgehen, raus aus der industriellen Massentierhaltung, kein Verstümmeln mehr. Wir wollen, dass die Hühner so leben, wie in der Schnabel gewachsen ist, dass der dran ist, dass sie Schweinen Ringelschwanz haben, dass sie mehr Platz haben. Und wir wollen die Umweltfrage lösen, also dass wir nicht mehr unser Trinkwasser gefährden, sondern wir wollen eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft haben, wo die Landwirte faire Preise kriegen. Also wir wollen glückliche Bauern, glückliche Kühe und am Ende glückliche Verbraucher, indem sie das kriegen, was sie sich eigentlich wünschen. Dankeschön.